Ich kriegte das Angebot, einen Bäckermeister zu spielen, der in so einem kleinen Ort ja auch ums Überleben kämpft, denn diese Zunft der Bäckermeister wird ja bedroht durch diese Ketten, die da... Und er ist da so ein Bäckermeister, der sogar aber noch Lehrlinge ausbilden darf und darum auch kämpft, weil das ist seine Tradition, das ist seine Zunft. Und wenn dieser Film das richtige Leben heißt, war es schon interessant zu wissen, wie ist das heutzutage mit jungen Menschen, den Start zu wagen. Und da gibt der Film, glaube ich, Antworten, aber stellt auch viel mehr Fragen und das ist interessant.